Yo, was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, heute wieder in einem neuen Auto. Ja, ihr könnt es im Titelbild lesen. Ich habe mir ein neues Auto gekauft und ich habe meinen aktuellen BMW E60 verkauft. Freunde, ich hatte keine Wahl. Ich musste das Auto verkaufen. Deswegen habe ich mir hier das neue Auto gekauft. Ich wollte mir einfach ein neues Auto holen. Warum? Ich brauche mehr PS, mehr Leistung, größere Maschine, Innenausstattung. Ganz wichtig. Ich will komplett diese ganze Luxusschiene unbedingt haben. Deswegen dachte ich, ich verkaufe meinen und hole mir jetzt den. Und ich bin auch sehr aufgeregt, den mit euch jetzt zu teilen, Freunde. Und ich bin auch sehr glücklich. Was soll ich euch sagen, Freunde? Ich bin übertrieben glücklich, dass ich jetzt das Auto hier gekauft habe und gefunden habe. Ich zeige euch das jetzt. Da haben wir das Auto. Da haben wir den kleinen Fletscher hier, Freunde. Auf jeden Fall hier, den habe ich mir gegönnt. Ja, Mann, genau so. Sehr stabil hier. Schön empackiert vorne. Mit den Angel Eyes. Ganz wichtig, weil mir ganz wichtig. Hier, keine Ahnung, wie viel Zoll sind das? Was steht da? 16 Zoll. 205, das ist nix. Das ist so, das ist so. Das ist... Jetzt das Heck. Schön mit vier Endrohre. Ja, mein richtiger Motherfucker Auto. Man sieht es auf jeden Fall. Ich gebe sehr viel Wert auf ein Paket. Ihr seht selber. Ja, Freunde, das ist mein neues Auto. Hier schön noch mit der Antenne drauf. Das war Sonderausstattung. Das wollte ich unbedingt haben. Damit ich, wenn ich irgendwie Anrufe bekomme, dass die nicht mehr sagen können, ey, ich habe schlechte Verbindungen oder Empfang ist weg. Hiermit habe ich immer Full Empfang. Natürlich war mir auch das Wichtigste, dass der schön tief gelegt ist, sodass ich gar keinen Finger rein bekomme. Und das erfüllt auf jeden Fall auch hier. Kommt man sehr schwer rein. Dann wollte ich auch mal halt cool sein, hier mit der Fernbedienung hier, dass man das Auto so aufschließen kann. Okay. Egal. Machen wir so einfach auf. So, Freunde. Aber natürlich war das ein Spaß, liebe Freunde. Denkt dem Ernst, ob ich verkauf mein Auto. Denkt dem Ernst, ob ich verkauf mein Auto. Ey, da ist sehr viel Herzblut, Freunde. Das war natürlich ein Gag. So, jetzt Spaß beiseite, Freunde. Das Auto gehört meiner Mutter, ne. Kennt ihr bestimmt vom letzten Video. Der ein oder andere hat das bestimmt schon gesehen. Mit der Asi-Runde. Ich verlinke das hier. Check das einfach ab. Auf jeden Fall, ja. Ich wollte mal einen Spaß erlauben, Freunde. Ein bisschen lustig sein, ne. Also, ich fand es nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Ja, ich habe das Auto jetzt von meiner Mutter. Die ist im Urlaub gerade aktuell mit meinem Vater. Und ich dachte mir, komm, ich gehe mal das Auto für die Putzen sauber machen. Von innen und außen. Weil die haben das Auto hier gekauft. Und seitdem an hat meine Mutter das noch nie gewaschen. Oder das Auto wurde zumindest noch nie gewaschen. Deswegen dachte ich mir, komm, ich nehme euch einfach mit. Ich gehe das Auto mal heute ein bisschen waschen. Ich nehme euch einfach mal mit, was ich heute mache. Die Stars Ananas, bla bla bla. Ja, Mann, die sind auch elektrisch hier. Ganz wichtig. Einmal kurz checken. Jawohl, Junge. Beide funktionieren. Jackpot. Hier auch elektrisch. Jackpot. Hier, ähm, ja. Ist unwichtig hier mit Radio. Tamam, çok güzel. Äh, Klimaanlage hat er auch. Çok güzel. Äh, ja. Hier ein bisschen reingeschissen. Ist gang. Äh, auf jeden Fall hier. Ey, guck mal hier. Freunde, was für Bordcomputer. Was für Display, Misplay, Android, Android. Hier, Junge. Wir kommen aus dem, äh, äh, äh. Ja, ihr wisst schon. Mit MP3 hier. MP3. Rein mit dem Ding. Freunde, woran merkt man, dass man in einem türkischen Auto, dessen Eltern sitzt? Ganz einfach. Ganz logisch und einfach. Macht einfach mal die Musik an. Oh, yeah. Was für Deutschrap. Was für Rap. Hier ist Depressionen pur, Mann. Kommt gar nicht erst in das Auto rein. Boah, Junge. Checkt mal diesen V10-Motor ab. Pää, Junge. Gib ihn, Junge. Mit Filzhündung, Junge. Mit Knallen. Alles. Alles drum und dran, Junge. Das Gesamtpaket hier. So, gib ihn. Ach so, ja. Ganz wichtig. Bevor ich losfahre. Freunde, bitte. Jetzt Hand aufs Herz, ja. Guck mal, bei wem ist das so? Seid mal ehrlich. Guck mal, jetzt unter uns, ja. Das sieht keiner. Guck mal, glaub mir, das bleibt genau unter uns jetzt. Erst mal gucken, ob hier jemand ist, bevor ich mich blamiere. Auf jeden Fall, Freunde, wem passiert das? Ich schwöre bei Gott, ihr lügt. Ihr lügt. Von Automatik auf Gang. Wallah, wenn ihr sagt, das passiert euch nicht. Genau das hier jetzt. Da. Wenn ihr sagt, das passiert euch nicht, ne. Dann seid ihr die größten Lügners. Lügt nicht, Freunde. Lügt nicht. Ich hatte am Anfang auch das Problem. Ja, ich kann kein Auto fahren. Ihr habt recht. Ich kann kein Auto fahren. Automatik ist der. Okay. So, jetzt fahre ich tatsächlich wirklich wieder mit diesem Ding auf meinem Kopf. Der eine oder andere wird sich jetzt wieder fragen, was ist das für ein Psychopath? Oder besser gesagt, was für ein Clown? Meine Seiten sind auf Ziffer. Dicke Boxerschnitt. Aber fahre mit so einem Ding durch die Gegend. Freunde, was für Videos wollt ihr in Zukunft sehen? Lass mich das doch gerne bitte wissen. Schreibt das in die Kommentare rein. Sagt mir. Schreibt mir. Feiert ihr diese Autocontent? Ich mache ja zur Zeit nur vieles mit diesem Auto hier. Also beziehungsweise Autocontent. Und ich würde gerne wissen, sagt mir mal, wie ist das so? Was läuft bei euch? Geht es euch gut? Ach ja, Freunde, die Motorkontrollleuchte ist an. Bevor der eine oder andere jetzt sagt, was für ein Vogel der fährt mit Motorkontrollleuchte an und merkt das nicht mal. Doch, es ist gerade tatsächlich angegangen. Also bevor ich überhaupt das Video drehen wollte. Aber es ist nichts Schlimmes. Deswegen, Freunde, kann man ohne Gefahr und ohne Angst schön das Video hier zu Ende drehen. Und ich kann schön mit dem Auto von A nach B fahren. Also bitte an die ganzen Leute unter euch. Bitte behaltet eure Kommentare für euch. Vielen lieben Dank. Maschallah, Bruder. Freunde, ich muss euch ehrlich sagen, so ein Kleinwagen ist schon sehr praktisch und geil. Sage ich euch ehrlich. Man hat einfach viel weniger Stress, viel weniger Probleme mit dem Parken, mit Fahren, alles drum und dran. Viel besser auch zum Einkaufen und vor allem von A nach B. Freunde, folgen mir auf Instagram. Ich bin wirklich 24 Stunden unterwegs. Also ich bin wirklich immer weiter am Fahren. Und ich finde das halt schade, mit so einem großen Auto, dann immer nach A nach B zu fahren. Deswegen ist so ein kleines Auto eigentlich praktisch und ich bin sehr pingelig, was das Auto angeht. Sehr, sehr pingelig. Ich fange jetzt vielleicht sogar schon demnächst an, dass die Leute die Schuhe ausziehen müssen, damit die überhaupt bei mir mitfahren dürfen. Weil die Leute immer mich dazu bringen, dass bei mir niemand mehr mitfahren darf. So, hinten ist bei mir sowieso tabu. Hinten darf bei mir eh keiner fast sitzen. Ich nehme immer hier nur als Beifahrer darf jemand, weil so ein Cockpit ist, also am Cockpit immer so einen Beifahrer da neben zu haben. Ist immer schön was ganz Gutes. Weil der ist dann quasi wie deine rechte Hand, wenn du mal was brauchst, der hilft dir, der gibt dir. So in dem Sinne. Und mit den Leuten, die hinten sitzen, mit denen habe ich nichts zu tun. So, die sind mir nicht behilflich, die machen nur Stress, Kopfschmerzen. Weil am Ende des Tages, wenn die aussteigen, liebe Freunde, habe ich immer irgendwas hinten. Finde ich entweder die Fußmatte ist komplett unter dem Sitz reingerutscht. Essen ist da, Essensreste, Schuhereste, in dem Sinne von Matsch, Matsch, alles drum und dran. Freunde, ihr seht selbst, ich bin heute sehr aufgedreht, ich weiß nicht warum. Und deswegen finde ich so einen Kleinwagen eigentlich sehr praktisch. Also hier können von mir auch sechs Köpfe hinten sitzen, das würde mich gar nicht interessieren. Normalerweise muss ich mit so einem Blindertenausweis hinten auf der Rückbank fahren, wo man das so am Fenster sieht, auf der Heckscheibe. Damit die Leute nicht so denken, ey, was ist los mit dem. Weil wenn die diesen Blindertenzeichen sehen, dann sehen die auch, dass ich behindert bin mit diesem Ding auf meinem Kopf. Weil die Leute kennen das, glaube ich, gar nicht. Mir ist das gerade schon ein bisschen unangenehm hier im Stau, weil hier gerade so viele hier reingucken. Aber naja, was soll's. Alter, das passiert, wenn man die GoPro auf dem Kopf trägt, Freunde. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich finde, mit Gangschaltung macht das übertrieben Spaß zu fahren. Es ist zwar ein Kleinwagen, aber es macht dennoch sehr Spaß. Und ich will jetzt gar nicht wissen, wenn man sich so ein dickes Auto holt mit mehr Leistung, dementsprechend dann auch noch eine fette Anlage unter dem Arsch hat. Boah, ich glaube, das macht schon extrem Spaß, dann Auto zu fahren. Ich sage mal so, Automatik ist eher was für die bequemen. Aber ich glaube, für Fahrspaß, ich glaube, da ist das schon ganz gut, wenn man dann auf jeden Fall zu Gangschaltung rüber wechselt. Also ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen, mein nächstes Auto auch in Gangschaltung zu kaufen. Weil es macht halt übertrieben Spaß. Du steuerst das Auto. Okay, bei Automatik kann man auch rüber wechseln. Ja, es geht. Aber es ist trotzdem ein anderes, als wenn man jetzt hier mit so einer Gangschaltung fährt. Und es macht halt richtig Spaß. Das ist das einzige Nachteil, was wirklich extrem auf die Beine geht und wo ich schon seit vier Tagen Beintraining mache, ist wirklich hier bei Stau. Die ganze Zeit diese Kupplung, Mupplung, Gas, Maß, Schalten, Malten, diese ganze Sache ist echt negativ. Aber ansonsten macht echt Gangschaltung sehr, sehr viel Spaß. Okay. Wie fährt ihr gerne Auto, Freunde? Seid ihr eher Team Automatik oder Team Gangschaltung? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Komm, Opa. Opa. So, Freunde, ich mache das hier ganz kurz und schnell. Ein sehr kurzer und schneller Prozess. Weil es ist ja nicht mein Auto. Wenn das jetzt mein Auto wäre, wäre das nochmal ganz anders. Oh, Rückwärtsgang. Das wollen wir nicht. Jawohl. Jawohl. So, ganz wirklich. Erstmal machen wir hier mal direkt den Schmutz erstmal weg mit Hochdruck. Ichi. Power-Schaum. Gipi. Klarspülung. Gipi. Ah, Mann. Das hat so ein Falsche genommen. Ich kann mir jetzt erstmal was zu essen holen. Beste Burger aus ganz Bonn. Hallo. Was geht jetzt? Wie geht's? Prä? Anna, was machen wir da? Wie geht's? Prä? Prä. Alles gut. Lange ist Präse. Freunde, ich bin gerade hier bei uns in Bonn. Kessinich, ne? Auf jeden Fall. Hier ist ein heftiger Burgerladen. Den werde ich so oder so bald für euch testen. Ich muss das noch mit dem abklären. Der Kollege muss mir noch Bescheid geben. Auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt den Burger. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Den gehe ich jetzt bald testen. Und ich sage euch mit Ansage, das ist der beste Burger aus ganz Bonn. Boah, Freunde, zieht euch das mal rein. Wallah, ich mache mir gerade einen Spezial-Burger. Das macht er nur für mich. Guck mal da, Junge. Oh, shit. Schön hier noch mit Schaf-Galapenos. Radikal. Boah, Junge, guck mal, Junge, wie das aussieht, Freunde. Schön geschmolzener Käse mit schönem Schaf. Sagen wir, was ihr wollt, Freunde. Video kommt bald, Video kommt demnächst. Freunde, ich sage es euch nochmal. Bester Burger aus ganz Bonn. Ich werde das bald für euch testen. Dann mache ich ein richtiges Video, das mit dem Format Baris Chibi testet. Und dann werdet ihr sehen. Und dann kommt selber und probiert selbst. Das war es wieder mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben oder runter. Kommentiert. Abonniert diesen YouTube-Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten, ihr kennt es immer wieder. Meine Ende sind immer gleich. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bleibt dran. Bleibt stabil. Ganz viel Liebe an euch. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.